Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video von mir. Es freut mich wieder riesig, dass ihr heute eingeschaltet habt. Heute möchte ich mit euch über verschiedene sehr interessante Themen sprechen. Zum einen, warum der Bitcoin sich in der nächsten Zeit wieder rasant erholen könnte und zum anderen eben, warum viele Investmentbanker lieber anfangen zu spekulieren, anstatt weiterhin in den großen Geldinstituten wie Goldman Sachs usw. zu arbeiten. Darüber reden wir jetzt, doch bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich mich natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen, falls euch dieses Video gefällt. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid und auch zukünftig keine Videos mehr verpassen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo dalassen. Und für alle, die ein Handy haben, was denke ich für jeden hier oder auf jeden zutrifft, ihr solltet euch auf jeden Fall mal den zweiten Link in der Videobeschreibung angucken. Da findet ihr nämlich zum einen diese Bitcoin-Hüllen fürs Handy, für Samsung-Geräte und eben auch für Apple-Geräte, das ist der dritte Link in der Videobeschreibung, für quasi alle Modelle entsprechend schöne Bitcoin-Hüllen. Und ich möchte meinen, dass jeder von euch ja auch sicher gehen möchte, dass das Handy entsprechend gut geschützt ist. So, und dann gucken wir uns natürlich jetzt erstmal das Market Cap an im Allgemeinen und beziehen uns natürlich erstmal stark auf den Bitcoin. Und zwar sehen wir beim Bitcoin einen kleinen Anstieg wieder vom Market Cap im Allgemeinen auf 128 Milliarden US-Dollar. Und der Preis ist auch wieder ein bisschen nach oben gegangen und hat sich wieder verbessert von den letzten Tagen, so von 7,3 auf wieder 7.548 Dollar pro Bitcoin Stand jetzt. Das Handelsvolumen ist wieder ein bisschen zurückgegangen, liegt aber immer noch weiter über 5 Milliarden Dollar. Aber der Change, und das ist eben das Positive an dem ganzen Spektakel, hat sich wieder positiv verändert. Das heißt also, wir haben hier einen Plus von 2,7 Prozent in den letzten 24 Stunden erreicht. Und ja, das schlägt sich natürlich auch wieder auf viele andere Währungen durch. Wir haben hier zum Beispiel auch Ethereum, die 4,43 Prozent dazu gewonnen haben, Ripple mit 3,17 Prozent oder eben zum Beispiel IOTA, die eben insgesamt 14,93 Prozent Plus gemacht haben. Also wir sehen hier auf jeden Fall wieder einen positiven Trend. Und das könnte mit der folgenden Neuigkeit eben zu tun haben. Und zwar ist das hier, ist ein möglicher E-Tel-Exit verantwortlich für die Bitcoin-Erholung. Das ist die Frage hinter dem ganzen Artikel. Es geht quasi darum, dass die Anleger bzw. die Menschen, die eben in Italien leben, vielleicht das machen, was Griechenland vor einigen Jahren, als sie ihre Wirtschaftskrise hatten, gemacht haben. Und zwar haben sie angefangen, ihr Kapital aus den Banken und so weiter zu holen, um eben nicht gekoppelt zu sein an etwaigen Abstürzen und so weiter. Und wir gucken uns jetzt einfach mal diesen Artikel im Detail an. Und ich denke, da wird man dann relativ schnell schon ein gutes Gespür dafür bekommen, in welche Richtung das ganze Thema geht. Denn ich denke, man kann ja auf jeden Fall Vergleiche zu der Wirtschaftskrise aus Griechenland eben ziehen, die ich eben gerade angesprochen habe. Gibt es einen Zusammenhang zwischen dem politischen Streit in Italien und der leichten Erholung des Preises von Bitcoin? Ein Journalist glaubt, dass E-Tel-Exit der Katalysator gewesen sein könnte, der Bitcoin über 7.500 Dollar zurückgebracht hat. Erstmal eine sehr, sehr gewagte und interessante These, würde ich sagen. Der Euro ist und bleibt ein politisches Experiment und kann politisch scheitern, wenn die erwarteten wirtschaftlichen Vorteile nicht erreicht werden, kommentierte Commerzbank-Experte Ulrich Leuchtmann. Jede der drei führenden Kryptowährungen verzeichnete in den letzten 48 Stunden Zuwechsel. Bitcoin sprang über 7.500 Dollar, Ethereum erreicht ein Kursniveau von 573 Dollar und Ripple über 60 Cent. Also erstmal eine sehr, sehr interessante These, wie gesagt. Und dass das tatsächlich damit zu tun haben könnte, ist halt die Frage. Also da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber ich denke, was jetzt eben als nächstes kommt, ist sehr, sehr interessant. Johar Elmar hat den Zusammenhang zwischen der Krise in Italien und der leichten Erholung von Bitcoin untersucht. Er bietet eine vereinfachte Chronologie der Ereignisse. Zuerst kamen die politischen Turbulenzen, die zum Ausverkauf italienischer Anleihen führten. Dann der Euro und globale Aktien. In absehbarer Zeit wird weiterhin Kapital in den Kryptowährungsmarkt fließen. Bitcoin und Kryptowährungen dienen als Alternativwährung. In der Zeit der Unsicherheit des traditionellen Finanzsystems ist es durchaus möglich, dass die Leute Richtung Bitcoin strömen und somit versuchen, ihre Einlagen zu schützen. Sehr gewagte These, vor allem eben deswegen, weil der Bitcoin letztendlich ein Spekulationsobjekt geworden ist in den letzten Jahren. Und hier natürlich auch entsprechend Risiken liegen. Aber klar, wenn man Angst davor hat, dass die Politik versagt und dass die Banken versagen und so weiter und damit auch die ganze Wirtschaft im Lande, dann könnte das vielleicht der richtige Weg sein. Nach einem Bericht zufolge soll am kommenden Donnerstag bezüglich eines Misstrauensantrags gegen den Regierungschef und so weiter. Also man sieht hier auf jeden Fall, dass das ein großes Problem im Allgemeinen ist. Wir haben das unsichere Gebiet, dass wir eben wirtschaftliche Krisen haben. Wir haben hohe verschuldete Staaten und Länder, die eben aufgrund von Zinsen und so weiter halt große Probleme auch damit haben, zahlungsfähig zu bleiben. Und das ist natürlich klar, dass der Bürger, der eben angewiesen ist auf sein Kapital, dann eben das Geld im besten Fall nicht unter seiner Matratze versteckt. Ja, weil durch Inflation und so weiter könnte das natürlich oder ist es sehr wahrscheinlich, dass man dann langfristig eben Geld verliert. Nein, die Leute sagen dann eher, okay, ich nehme ein erspartes Geld von den Banken runter und investiere das zum Beispiel in das Spekulationsobjekt Bitcoin, Ethereum, Ripple und so weiter und so fort und habe dadurch vielleicht sogar Mehrwerte, weil die Zinsen oder beziehungsweise das an Rendite, was ich da wirtschaften könnte, ja, gerade wenn wir das mal auf die Vergangenheit anwenden, das ist natürlich ein Vielfaches höher als das, was ich eben auch an Zinsen bei Banken oder ähnliches bekomme. Von daher könnte das auf jeden Fall ein Katalysator dafür sein, dass eben dieser, ja, der Kurs jetzt wieder nach oben geht, denn die Italiener könnten sich jetzt nach einer wirklich guten Alternative umsuchen oder umgucken und, ja, das Ganze könnte eben auch entsprechend auf Spanien ebenfalls zu treffen und ich bin sehr, sehr gespannt, ob das tatsächlich so ist. Was mich auf jeden Fall interessiert, wie seht ihr das ganze Thema? Schreibt das sehr gerne unten in die Kommentare und dann diskutieren wir darüber. Was ich außerdem angesprochen hatte, war lieber Bitcoin als Bonus. Top-Talente verlassen Wall-Street-Banken, weil sie mit Kryptowährungen reich werden. Schweizer halten sich dagegen zurück. Auch ein wirklich toller Artikel, den verlinke ich euch natürlich auch unten in der Infobox und den werden wir nur im Allgemeinen mal durchgehen, damit ihr einfach auch seht, was da theoretisch für Möglichkeiten sind. Natürlich braucht man in gewisser Weise Kapital, aber eben diese Risikofreudigkeit, die hier auch gelebt wird oder gelebt wurde, die zeigt einfach auch, wie viele Möglichkeiten dadurch einfach entstehen, wenn man den richtigen Riecher hat, ein gutes Timing und natürlich auch das Quäntchen Glück. Das gehört natürlich dazu. Es ist natürlich niemals gesagt, dass es funktionieren kann oder wird. Niemand kann das definitiv sagen, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit. Banker an der Wall-Street gelten nicht gerade als unbezahlt oder unterbezahlt. Allein die Bonuszahlungen für 2017 lagen laut der New Yorker Steuerbehörden im Schnitt bei 184.000 Dollar. Das ist super viel Geld. Das sind 17% mehr als im Vorjahr. Doch einigen reicht das immer noch nicht. Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg häuften sich zuletzt die Fälle von Top-Talenten, welche namhafte Bankenhäuser oder Bankhäuser wie Goldman Sachs verlassen, weil sie mit ihren privaten Spekulationsgeschäften mit Kryptowährungen reich geworden sind. So seien bei Goldman Sachs schon in diesem Jahr alleine drei Kundenberater gegangen, weil sie mit ihren privaten Geschäften mit Kryptowährungen genug Gewinn gemacht haben. Bei der Deutschen Bank in New York hat der 29-jährige Adrian, was auch immer, das Geldhaus im März verlassen. Auch er habe mit Kryptogeschäften auf Eigenrechnung so viel Geld verdient, dass er nicht mehr für die Bank arbeiten wollte, obwohl er im gleichen Monat, in dem er gekündigte, zum Direktor befördert worden war. Also wirklich erstmal total unvorstellbar. Auch der Vermögensverwalter BlackRock ist von dem Phänomen betroffen. Und BlackRock, für die Leute, die es nicht wissen, ich habe es mal aufgerufen, ist eine Fondsgesellschaft, die Kapital verwaltet. Und wir reden hier nicht über so ein bisschen Kapital, sondern wir reden hier von insgesamt, ich glaube, ich weiß es gar nicht, da steht es, 6,29 Billionen US-Dollar werden hier verwaltet. Das ist eine Zahl, ich glaube, die ist unvorstellbar. Und wenn ich in einem Unternehmen arbeite, das so viel Geld verwaltet und alleine einen Umsatz von 11 Milliarden US-Dollar macht im Jahr, dann mit Potenzial und so weiter natürlich. Warum verlasse ich das dann? Also es ist auf jeden Fall schon mal eine Entwicklung, die sehr, sehr krass ist. Und hier steht es eben auch, ich bin in einer Position, in der es einfach keinen Sinn mehr macht, für BlackRock zu arbeiten, sagt Asim Ahmad, der in London Pensionskassen und Hedgefonds bei ihren Anlagegeschäften beraten hat. Die Preisschwankungen in meinem Portfolio sind höher als mein Gehalt. Wenn ich also ein paar richtige Investments tätige, verdiene ich genauso viel wie mein Jahresgehalt. Und alles, was oben drauf kommt oder dazu kommt, ist ein Bonus. Und das ist natürlich absolut unbeschreiblich hoch. Also hier haben wir wieder ein gutes Beispiel dafür. Natürlich haben die Leute, die eben dahinter stehen, ein sehr fundiertes Wissen in dem Bereich. Natürlich. Sie haben das hauptberuflich gemacht, dass sie andere Firmen beraten haben, in bestimmte Dinge zu investieren, um das Geld zu vermehren und so weiter. Und dass man da natürlich in gewisser Weise talentiert ist und gut ist in dem, was man da tut, das ist, denke ich, und das steht auch außer Frage. Dennoch sieht man aber auch hier, dass man, wenn man ein bisschen talentiert ist und ein bisschen risikobereit und so weiter, auch dass man hier entsprechend Kapital eben mit erwirtschaften kann. Und ja, das ist quasi auch mein Rat in Anführungsstrichen an euch. Setzt euch mit dem Thema auseinander und bekommt ein Gefühl dafür, wie sich ein entsprechender Kurs verhält, in welche Richtung er gehen könnte, durch welche Faktoren. Und ja, steigt dann eben, wenn ihr denkt, dass es der richtige Zeitpunkt dafür ist, ein in den Markt, um euch zu positionieren. Und ja, dann kann man eigentlich nur noch abwarten. Gut, ich hoffe, euch hat dieses kleine und informative Video gefallen. Falls es so war, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr weitere Videos zu dem oder anderen Themen sehen wollt, dann solltet ihr auf jeden Fall direkt erstmal ein Abo dalassen. Ansonsten hören und sehen wir uns die Tage wieder. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.